Heute mal aus der Kategorie unerwartete Filme möchte ich ein paar Worte verlieren über Christopher Nolans Film Dunkirk. Der wird ja momentan so als Oscar-Kandidat gehandelt und ich habe so ein paar alternative Meinungen oder vielleicht ergänzende Kommentare. Ich tue mich ja mit Kriegsfilmen ein bisschen schwer. Ich muss ganz direkt sagen, ich habe eigentlich auch nicht immer die Lust. Das ist immer so ein bisschen depressiv und dann schämt man sich eigentlich schon wieder für den Gedanken, weil man eigentlich sagen möchte oder muss, dass einen ja eigentlich die jüngste Geschichte doch interessieren sollte. Und dann kommt es mal wieder hoch, dass man sagt, boah, irgendwie sind wir wieder übersättigt und dann kommt wieder das schlechte Gewissen für diesen Gedanken übersättigt zu sein. Also lange Rede ohne Sinn, ich habe mir Dunkirk angeguckt. Werdet ihr es nicht wissen, ich werde euch auch noch einen Blogpost von mir verlinken zu dem Thema. Es geht um die Schlacht bei den Kirchen, die Alliierten-Truppen sind eingeschlossen, die Deutschen sind auf dem Vormarsch und haben sie eingeschlossen. Das ist, was bisher geschah. Der Film fängt jetzt damit an. Wir sehen eine Gruppe von junger Soldaten auf der Flucht und es ist ein grausames Gemetzel. Wir werden dann mit dem Strand konfrontiert, an dem 300.000 britische und englische Soldaten auf ihre Evakuierung warten und im Prinzip fängt jetzt der Film richtig an. Was halte ich jetzt davon? Na, ich möchte jetzt mal andersrum anfangen. Man geht sehr depressiv aus dem Film raus. Das ist auch beabsichtigt, das ist auch okay. Auf der nächsten Seite würde ich sagen, es gab Filme, die mich mehr beeindruckt haben. Auch mit der Message. Die Message ist klar, das ist jetzt auch kein Spoiler-Krieg. Es ist scheiße. Menschenverachtend scheiße und absolut nicht. Witzig. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Full Metal Jacket anschaue, dann ist das ein Film, der mich aufgrund dieser ganzen, ich sag mal, Perversitäten beeindruckt hat. Oder Jarheads zum Beispiel, in dem eigentlich ja eine andere Seite des Kriegs etwas beleuchtet wird. Schaut euch mal die zwei an und vielleicht sagt ihr mir dann, ob ich da alleine dastehe mit der Meinung. Ja, gehen wir noch ein bisschen so auf den spoilerfreien Bereich meiner Kritik ein. Und danach muss ich euch ein bisschen mehr im Detail erklären, was mir nicht gefallen hat und was mir gefallen hat. Ich fand es gut, dass der Film sehr unheroisch an die Sache herangeht. Also die Menschen werden mehr oder weniger kommentarlos und auch blutleer in jedem Wortsinn dahin gemetzelt. Es ist nicht so, dass der Film unblutig daherkommt. Genau im Gegenteil. Der Film geht nicht sehr sparsam mit dem Bodycount um. Aber es wird nicht effektheißerisch die Sache inszeniert. Es gibt ein paar sehr, ja, nicht angenehme Szenen. Aber damit werdet ihr, denke ich mal, heutzutage klarkommen. Ich finde es auch sehr schön, schön ist das falsche Wort, sehr passend, wie grau und wie austauschbar die Handelnden dargestellt werden. War vielleicht auch jetzt ein bisschen schon das Problem für mich. Man sympathisiert eigentlich nicht wirklich mit einzelnen Handelnden. Sie erscheinen wirklich alle gleich. Man vergisst sogar die Gesichter, auch wenn eigentlich der eine Protagonist sich von Anfang bis zum Ende durchzieht. Aber man, also mir ging es so, ich verlor das Interesse an dieser einzelnen Person. Und da ist vielleicht auch so ein bisschen eins meiner Probleme mit dem Film. Ja, aber ich verstehe auch das Ganze wieder als Stilmittel, das hier verwendet wurde. Sehr angenehm oder auch schlecht ausgedrückt. Sehr beeindruckend war der Soundtrack von Hans Zimmer, der auch diese ganze klaustrophobische Stimmung, könnte man es wirklich nennen, obwohl diese Weite dieses Strandes, die da dargestellt wird, der eigentlich wieder das Gegenteil erzeugen müsste. Also diese klaustrophobische Stimmung wieder gefördert hat. Und auch das, ich sag's mal, Z-Design, also das Wetter, das klingt jetzt blöd, aber das Wetter passt. Also ich denke mal, hier wird sehr viel mit CGI gearbeitet worden sein, um diese Stimmung rüber zu kriegen. Auf der anderen Seite, es wird von 300.000 britischen und englischen Soldaten gesprochen. Und man hat an keiner Stelle den Eindruck dieser Menge Menschen. Und auch hier finde ich versagt der Film, weil heute müsste es mithilfe von CGI möglich sein, diese Menge an Menschen deutlicher zu machen. Auch finde ich versagt der Film an einem Punkt, er stellt nicht dar, wie viel Material damals zurückgelassen wurde von den Alliierten. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ja, was essen denn die die ganze Zeit? Die sind ja tagelang, stehen die da rum und warten auf ihre Evakuierung. Was essen die denn da? Und das ist alles geklärt. Das ist, also es gibt auf Amazon, wenn ihr sucht, bei Amazon Prime, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, gibt es unter eben, ja, ich glaube sogar unter dem Stichwort Dunkirk eine Dokumentation. Ich finde sie ein bisschen gestreckt und sie geht jetzt auf diesen Teil her ja auch nur relativ kurz ein. Dafür geht es ja auf die Vorgeschichte länger ein. Könnt ihr angucken, könnt ihr im Prinzip damit den Film auch ersetzen. Es erklärt eben ein bisschen, was vorher und was nachher passiert ist. Ja, um was geht es eigentlich in dem Film, könnt ihr jetzt fragen. Ja, eigentlich war es das schon. Eigentlich geht es für mich um das nackte, unheroische Überleben der Soldaten. Und um ein paar Leute, die man auch wirklich dann als Helden bezeichnen kann, ob jetzt geplant oder ungeplante Helden. Weiterer Kritikpunkt sind für mich die Sprünge in der Timeline. Das ist vollkommen überflüssig. Auch der Perspektivwechsel an sich, den ich verstehe, hätte man mit kürzeren Zeitsprüngen machen können. Es verwirrt nur. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, den Film da so immer wieder zu ein bisschen verhackstücken. Ja, gehen wir mal in den Spoiler-Bereich. Und Spoiler ist jetzt für mich nicht ganz so tragisch. Ihr könnt trotzdem ab hier aufhören, wenn ihr den Film gucken wollt und euch das Ende nicht so ganz klar ist. Ansonsten bin ich der Meinung, dass geschichtliche Events eigentlich keinen Spoiler-Bereich haben, weil man kennt die Geschichte. Ja, wer sind die Helden des Films? Die Helden sind ja eigentlich die Zivilisten, die freiwillig aus Menschenliebe in ihren Booten dann von England rübergeschüppert sind und die Leute zu retten. Meiner Meinung nach. Ja, dieser tragische Tod des einen Jungen, klar, das ist im Prinzip ein völlig sinnloser Tod, soll auch die Sinnlosigkeit wieder zeigen. Gut fand ich wieder, dass er starb aufgrund eines Unfalls, der aber nur passiert ist, weil sie jemanden gerettet hatten, der eben durch seine Traumata, die er im Krieg erlebt hatte, nicht mehr ganz er selber war. Das ist eigentlich eine nette Side-Story. Das ist nichts, was ich dem Film vorwerfen würde. Der Film generiert sich eben seine Helden auf eine etwas erstaunliche Art und Weise. Jetzt kommen wir aber zu den anderen Helden. Die zwei Piloten, das ist so eine Geschichte. Der zweite, machen wir den mal, den zweiten Piloten. Der zweite ist der, der als Zweiter landet, jetzt in meiner Nomenklatur. Und da habe ich so ein bisschen Probleme. Erstens einmal diese Vorhersehbarkeit. Die ganze Zeit die Diskussion über Treibstoff. Wir wissen, was passieren wird. Ja, jetzt würde mein eigenes Argument natürlich zählen. Wenn ich schon sage, jeder weiß, was passiert ist, dann ist das eigentlich nur eine etwas deutlichere Darstellung. Okay, akzeptiere ich. Jetzt hat mich aber so wirklich gestört, so in dieser Endsequenz. Ja, eigentlich schon kurz davor, wo er noch, eigentlich ohne Treibstoff, da noch geschwind, irgendeinen feindlichen Bomber war. Es war kein Jäger, es war ein Bomber abschießt. Okay, schenke ich. Aber am Ende, er fliegt über den Strand an seinen Kumpels vorbei und fliegt und fliegt und landet dann und wird von den Deutschen festgenommen. Damit habe ich jetzt ein paar Probleme. Erstens einmal, es kann mir keiner erzählen, dass er nicht vorher hätte noch irgendwo landen können. Er hätte noch eine Kurve drehen können. Schwerkraft und so weiter, blablabla, Energie, da müsste noch funktionieren. Gleichzeitig, jetzt wird es ein bisschen böse, aber normalerweise sind Piloten Offiziere. Offiziere wissen meistens mehr als andere. Jedenfalls sind das die, die nachher von den Feinden festgenommen, verhört werden und vielleicht irgendwelches Detailwissen ausbrauchen könnten. Schon deshalb wäre es geschickt gewesen, wenn er im anderen Bereich Not gelandet wäre. Ich kapiere das nicht. Sein Flugzeug wollte er nicht retten, weil das hat er ja nachher noch schön vernichtet. Aber da kämpfe ich tatsächlich mit dieser Szene. Der erste Pilot, ja okay, aber diese Rettung. Er versucht aus der Kanzel rauszukommen, wird dann am Schluss natürlich verständlich, weil er etwas nervös. Er versucht es mit seiner Waffe, diese Kunststoffkanzel von innen aufzukriegen. Ich habe tatsächlich noch geguckt, ob eine nasse Waffe zur Not funktioniert hätte. Da gehen die Meinungen im Netz ein bisschen auseinander. Also bestimmte Waffentypen können wohl auch schießen, wenn sie nass sind. Das wusste ich jetzt nicht wirklich. Könnt ihr mich gerne korrigieren, ist aber jetzt auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass er nachher durch diesen, ich sag mal, Haken da von dem Fischereiboot, die zerhauen diese Kanzel dann einfach. Und jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass also aufgrund der Physik und der Kräfteverteilung es eher unwahrscheinlich ist, dass ich so eine Kanzel somit einmal draufhauen von außen kaputt kriege, sondern eigentlich eher von innen würde ich sie kaputt kriegen. Die Szene fand ich etwas überflüssig, weil sie von der Dramaturgie hier irgendwie keinen Sinn macht. Besser wäre es zum Beispiel gewesen, wenn jetzt einer von denen aus dem Boot irgendwie die Kanzel mit dem Haken aufgezogen hätte, weil er irgendwie mehr Kraft ausüben kann als der von innen. Und dann wäre der, die sich nicht mehr verklemmt. Das sind so Kleinigkeiten, die ich nicht gut finde. Was mich dann noch gewundert hat, aber da ist jetzt mein maritimes Wissen etwas schlecht. Warum lassen sich die Schiffe so leicht versenken? Ein paar Bomben draufgeschmissen und mehr oder weniger kippen die schon um. Scheint aber wohl wirklich so nach oberflächlicher Recherche, scheint es auf jeden Fall mal da einige zersägt, also versenkt zu haben. Gut, wusste ich jetzt nicht. Ja, jetzt sind wir zwar noch im Spoilerbereich, aber nicht mehr im Kritikbereich. Was mich auch irritierte, warum haben die so viel Zeit zum Evakuieren? Und das war wohl wirklich so, denn Hitler hatte einen Haltbefehl ausgegeben, um eben das Vorrücken seiner Truppen zu stoppen. Warum er das getan hat, ist unter den Historikern umstritten. Es gibt ein paar Theorien, so die eine ist, er wollte seine Panzer schonen, was war jetzt die zweite? Die zweite wäre, dass er den Briten ein verstecktes Angebot machen wollte. Die wahrscheinlichste ist wohl, dass er so ein bisschen innenpolitische Machtprobleme hatte und eben diese Entscheidung durchsetzen musste, um eben klar zu machen, wer hier der Herr im Haus ist. Er hat sie auch ein paar Tage später dann revidiert. Da war aber auch schon die Evakuierung durch. Und bei dieser Evakuierung wurden die meisten gerettet, wobei man natürlich immer noch diese ganze perfide Sache, die sollte man nicht wegdiskutieren. Denn es sind wohl so 10% nicht gerettet worden. So, am Ende des Tages, jetzt habe ich den Film eh schon gespoilert und ihr seid noch da. Ich war etwas ermüdet. Der Film geht sehr lange und wie gesagt, er hinterlässt einen sehr melancholisch. Und irgendwann hat man dann einfach genug ertrinkende Menschen gesehen. Und man kommt ja auch schon so auf den Gedanken, sie gehen auf ein Schiff, es wird wahrscheinlich wieder untergehen. Ja, was sind eure Gedanken, wenn ihr den Film gesehen habt? Ich bin der Meinung, er wird ein paar Oscars gewinnen. Wenn sie sich nicht zu helfen wissen, werden sie es mal wieder mit bester Filmmusik oder bestem Selfdesign machen. Kommt davon, was die Konkurrenz sagt, aber eigentlich ist mir das auch relativ egal, wie viele Oscars der Film kriegt. Ich bin jetzt der Meinung, ich habe beeindruckendere Filme gesehen, die die Message, dass Krieg etwas zutiefst Unmenschliches ist, rüberbringen. Schreibt es da mal in eure, nein, schreibt es da mal in die Kommentare unten, was ihr darüber denkt. Ich bin gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal.